Herzlich Willkommen Leute, heute geht es mal um etwas ganz anderes, heute geht es nicht um Wissensvermittlung, sondern heute geht es darum, dass mein Vater ein Künstler ist und er hat ein Bild für mich gemalt, ja, der hat sich von ein paar Videos von mir inspirieren lassen, ein Bild zu malen und er hat eine ganz spezielle, einzigartige Maltechnik, ja, die gibt es sonst gar nicht, die hat er selbst erfunden und zwar Drahtmalerei, er malt mit Draht und es geht um ein Bild, das er für mich gemalt hat, in dem es um einen Mann geht, der sich aus einem Käfig befreien möchte und zwar soll das darstellen, dass der Mensch sein ganzes Leben lang, so gesagt, klein gehalten wird, ja, ihr wisst das ja ganz genau, es geht hier um Veganismus und wenn man sich versucht zu befreien, dann ist das nicht so einfach, ja, weil man aufgehalten wird von allerlei Menschen um sich herum, weil man das ganze Leben lang gefüttert wurde mit Falschinformationen und man ist einfach ein unbewusster Mensch, ja, und möchte sich befreien, was vielen Menschen aber sehr schwer fällt und ganz genau das soll das Bild zeigen, ja, die Befreiung des Menschen aus diesem ganzen Sumpf der Lügen und der ganzen, von der Industrie gelenkten Wissensvermittlung und darum geht es einfach in diesem Bild und wie der Mensch sich dann befreit und wir gucken jetzt einfach mal an, der hat mir hier ein paar Dateien zur Verfügung gestellt, wie diese ganze Arbeit aussieht, ja, ich habe das Originalbild auch natürlich, das werde ich euch dann am Ende zeigen, hier gucken wir erstmal durch, wie der das alles gemacht hat, also er malt hier auf Malpappe, ja, und zwar malt er mit Acrylfarben da drauf und mit Kupferdraht, so sieht das dann ganz am Anfang aus und hier ist dann die erste Zeichnung, ja, das ist der Mann im Käfig, der hier sieht man auch das Schloss, das zugeschlossen ist und hier zieht er die Linien dann halt mit diesem Kupferdraht nach und es soll darstellen, wie der Mensch sich versucht zu befreien, ja, aus diesem ganzen System und hier hat er weiter gemalt, hier sieht man wie er immer weiter den Draht nachzieht und dann entsteht am Ende eine Drahtmalerei hier ist dann schon mit Hintergrundfarben das Ganze gemacht und hier weiter gemalt und hier das Gold hinzugefügt und hier dann mit Farben, ja, und hier mit dem Rahmen Okay, das hat ungefähr 20 Stunden gedauert, das Bild zu malen und ich zeige euch jetzt einfach mal das Bild, ja, ich habe das hier, es ist ein großes Bild, guckt es euch an ja, absolut genial gemacht hier von oben nach unten ja mit Acrylfarben und Draht könnt ihr das sehen, das ist original Draht hier, wenn du mit den Fingern drüber gehst ihr seht auch, das ist dick, ne, das ist mit Draht gemalt, ziemlich krass mein Mikrofon ist im Weg könnt ihr das sehen, er ist ein bisschen überbelichtet gerade aber ist schon ziemlich crazy die Befreiung des Menschen aus dem Käfig man weiß, als Veganer bewegst du dich auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene das weißt du, wenn du Veganer bist ja, weil du hast es geschafft auszubrechen ja, du bist dieser Vogel, der emporsteigt in den Himmel und sich geschafft hat, aus dem Käfig zu befreien ja, du bist ausgebrochen und ganz genau, das soll das Bild darstellen es ist absolut genial oder, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Bild findet aber ich zeige euch hier jetzt noch weiter mein Lieblingsbild, ja, er hat ja mehrere Bilder davon gemalt ich zeige euch mein Lieblingsbild und zwar habt ihr das vielleicht mal gesehen das hing früher bei mir an der Wand wird auch jetzt wieder an der Wand hängen und zwar ist das der Adler, ja, Draht aus Draht guckt euch das mal an das ist crazy, oder? das ist ein Kunstwerk könnt ihr auch sehen das ist dick von der Seite, ja, mit Draht gemalt das ist mein Lieblingsbild absolut genial könnt ihr das sehen das habt ihr früher bei mir hinten an der Wand gesehen da hinten an der Wand das wird auch jetzt wieder da hängen das ist ein Kunstwerk das finde ich absolut mega mäßig und das ist ein Haufen Arbeit das kannst du mir glauben ist das geil, oder? ja, Leute, das wollte ich euch nur vorstellen in diesem Video ja, was es alles für Sachen gibt ja, was Künstler alles für Sachen machen mein Bruder ist ja auch Künstler und ich habe, ja die ganze Familie sind eigentlich irgendwie Maler außer ich natürlich bin völlig, völlig völlig missraten sagen wir mal so und ich habe damit gar nichts zu tun ich kann nicht mal ein Strichmännchen malen aber umso besser können die dann malen und schreibt mal in die Kommentare wie gefallen euch die Bilder und teilt das Video mal mit euren Künstlern damit die auch mal sehen was man auch anderes machen kann ja, mit Farben und mit Draht ja, man kann auch auf eine ganz andere Art und Weise malen von daher, Leute teilt das Video mit euren Freunden gebt mir einen Daumen hoch wenn euch das Video gefallen hat und lasst mir eine Meinung da was haltet ihr von den Bildern und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns wie immer im nächsten Video bis jetzt